Schönen guten Tag, Freunde der Rezensionen. Ja, wie ihr das schon lesen konntet, es geht um zwei Bücher, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und ja, und das wird, glaube ich, ein wenig anders, also eine ein bisschen anders Rezension, als man das erwarten könnte. Denn, das erfahrt ihr gleich. Erstmal, um was geht es? Ich möchte euch zwei Bücher präsentieren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zwar einmal die Novizin und die Marquis. Ja, wir sind uns nicht sicher. So, und das ist ein Liebesroman, um genau zu sein, ein Liebesroman im Stil der viktorianischen Groschenromane, der viktorianischen Liebesgroschenromane. Und dann möchte ich noch mit euch reden über, über Staub, nein, ein Haar, über Miller und Sugar, Hochzeit der Vampire. Ja, ein Kinderbuch, das schön glitzert. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das glitzert, glitzert hervorragend, das glitzert so schön. So, aber beginnen wir mit der Novizin. Um was geht es in dem Buch? Nun ja, eine junge Novizin, sie ist, glaube ich, sie ist 19, genau, so, sie ist 19. Und Klosterschulabsolventin. Ja, und jetzt steht eigentlich an, ihre Entscheidung, ob sie im Kloster bleibt und dann halt eben Nonne wird oder ob sie nicht im Kloster bleibt und irgendwas anderes tut. Ja, genau. So, und da kommt dann eine Anfrage rein und zwar sucht diese Marquise, 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 egal, eine Gouvernante, eine Lehrerin für ihren Sohn, der halt im nächsten Jahr auf ein Internat gehen soll, ihn engert. Das Ganze spielt ihn Frankreich, 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 so. Und der soll jetzt halt eben auf dieses Internat, auf die Schule halt eben vorbereitet werden. So, und da sagt die Novizin, ja, cool, mach ich. Nein, das sagt sie nicht. Also, ne, die Nonnen sagen, hier willst du das nicht machen und dann kannst du auch drüber nachdenken und so weiter und so fort. Und sie macht das. So, und dann passieren merkwürdige Dinge, die eigentlich gar nicht so merkwürdig sind, aber da kommen wir gleich zu. Nun ja, es passieren merkwürdige Dinge und irgendwann stellt halt eben unsere süße kleine Novizin fest, Gouvernante mittlerweile, ne, stellt dann fest, oh, ich mag meine Herren aber sehr. Ja, mehr erzähle ich euch jetzt nicht darüber, ne, weil ich möchte euch ja nicht spoilern. So, das Buch hatte mich schon, muss ich sagen, hatte mich schon beim Vorwort, ja, weil dieses Vorwort so wunderbar ist, ja, dieses Vorwort ist einfach so wunderbar ehrlich und das, ganz toll. Also, ähm, ich möchte euch, äh, kurz ein, ähm, daraus, ich möchte daraus zitieren kurz, ähm, ne, damit das hier rechtlich abgedeckt ist und so, damit ihr wisst, was, was, um was es geht. Ist auch nur ein Satz, ne, zwei Sätze dabei. Als ich 1975, 76 schließlich meine kompromissloseste, separatistische Phase durchmachte, verbrannte ich eines Tages meine ganze Sammlung von heterosexuellen Schauerromanen und litt danach an ziemlich schweren Entzugserscheinungen. Ja, herrlich. Also, die Autorin erzählt nämlich, dass sie totaler Fan war von diesen, äh, viktorianischen Schauerromanen, die halt eben, ähm, im Grunde genommen, äh, ja, Liebesgroschenromane waren, ne, so. Und sie, ach, sie hat die halt eben wirklich geliebt, aber sie hat diese Bücher versteckt, ja, im Regal hinter anderen Büchern, damit die anderen das nicht sehen und, äh, damit sie halt eben nicht ausgelacht oder blöd angeguckt wird, das sehen. Fand ich schon mal herrlich. So, ne, so ganz offen hat sie darüber geredet. Und irgendwann hatte sie dann halt eben den Mut dazu zu stehen, dass sie diese Literaturnummer auch liebt und gerne liest und hat sich dann gedacht, hm, aber es mangelt an lesbischer Literatur in diesem Bereich, also schreibe ich jetzt ein, eine, äh, lesbische Liebesgroschen-Roman-Adaption. Ähm, der viktorianischen Schauergrusel, Liebesgroschen-Roman. So, ja, nee, war jetzt schwierig, ja, sollte man sich vorher überlegen, was man sagen will. Ähm, und genau das habe ich bekommen. Und das fand ich so toll an diesem Vorwort und deswegen hatte mich das Vorwort direkt irgendwie eingenommen oder das Vorwort hat dazu geführt, mich für das Buch einzunehmen, weil da ganz klar drin steht, was es ist. Ein Groschen-Roman. So, ne. Das tut nicht als ob oder wenn, ne, sondern das sagt, was es ist, ja. Darauf war ich dann vorbereitet und ich muss sagen, es war genau das Richtige, ja. Ja, also, äh, nach dem Kaffee am Rande des Wahnsinns, ähm, und dann noch so ein paar anderen verstörenden Büchern, war das genau das Richtige. Und nicht nur, es war nicht nur auf die Bücher bezogen, sondern halt eben auch einfach auf private Dinge, ja. Ähm, da war das, es war herrlich. Es war so toll. Ähm, ich muss dazu sagen, der Stil, der Schreibstil ist nicht gut. Nein. Die Geschichte ist nicht gut. Die ist sowas von an den, also die ist, die ist nicht gut. Die ist echt nicht gut. Ähm, das Problem ist halt eben, ähm, die Geschichte möchte ja wohin, ne. Also, wir haben ein Ziel und, ähm, vom Start zum Ziel gibt es halt eben verschiedene Etappen, ne. Also, verschiedene Ereignisse, die dann zu diesem Ziel führen. Jetzt hat man aber auch zwischen diesen Ereignissen, hat man ja immer eine Strecke. Und diese Strecke muss mit etwas gefüllt werden. So, und, ähm, wenn man gut schreibt und wenn es gut läuft, dann ist auch diese Strecke interessant und schön. Ja, das war jetzt in dem Fall nicht, sondern man hatte wirklich, oder ich hatte wirklich das Gefühl, okay, sie hangelt sich jetzt gerade von, äh, einem Zwischenpunkt zum anderen und die Strecke dazwischen ist echt ein bisschen Hanebüchnern, ne. So, also, das war echt nicht gut. Wirklich nicht, ja. Ähm, genau. Also, schreibst dir nicht gut, Geschichte eigentlich nicht gut. Ähm, das Ende war, Vorhersehbar, da wurde dann auch nochmal so eine Sexszene rausgekloppt, ne. Da dachte ich mir, ja geil. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber egal. Ähm, also, das Buch, so, also, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, muss ich einfach sagen, äh, das Buch war nicht gut. Überhaupt nicht, ja. Und trotzdem, trotzdem, Leute, ich fand's toll, ja. Das Buch war nicht gut, aber ich fand's richtig toll. Ich fand's richtig toll. Das war genau das, was ich brauchte, ja. Ähm, es war einfach, es war so leicht, ne. So, so leichte Lektüre, brauchte es auch nicht groß nachdenken, ne. So, und ich konnte mich einfach so davon beriesen lassen, ja. Und ich hatte meinen Spaß, ich hatte meinen Spaß dabei, dass das einfach nicht gut war. Ja, nicht irgendwie, nicht irgendwie Hema, überhaupt nicht, ne. Sondern einfach, sondern einfach so, äh, das war so richtig schön trashig, ne. Das war so wie, äh, äh, Angriff der Killer Tomaten, ne, oder, äh, Sharknado, ne. Das war so richtig trash. Oh, das brauchte ich. Ach, das war herrlich. So, und, ähm, dieses Buch, also, äh, wenn ihr mal so was zum Abschalten braucht, ne, so eine richtig gute Portion Trash, und, ähm, ja, und, und, und einfach mal was so, ne, so, was euch amüsiert und, ähm, und gut unterhält, dann kann ich das Buch nur empfehlen. Echt jetzt, ne, so. Und schön ist natürlich auch, wir haben hier, äh, 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 Liebesgeschichten, eine Liebesgesch... Also, wir haben hier halt eben, äh, mal, ähm, homosexuelle Liebe anstatt heterosexuelle Liebe. Also, einfach auch mal was Neues, ne. Also, so, ne, äh, wobei neu, das ist jetzt nicht neu, aber, naja, ihr wisst, was ich meine, ne. Äh, davon hat man ja sehr viel. Also, heterosexuelle Liebe gibt es ja ganz viel, viele Bücher drüber. Äh, über homosexuelle Liebe gibt es auch Bücher, aber nicht so viele. Und hier haben wir halt eben eins, ne, und ich kann es nur empfehlen. Ist toll. Ja, ist toll. Ich kann es echt nur empfehlen, wenn man mal Bock hat, so auf Angriff der Killertomaten. Ist toll. So, und das nächste Buch, was halt eben auch in diese Kategorie fällt, ähm, ist einfach dieses Kinderbuch. Ja, das war, ähm, also nicht, nicht, dass das jetzt nicht gut war. Das meine ich jetzt nicht, aber das ist jetzt auch kein... Also, ich werde die Reihe nicht weiter verfolgen, ne. Ne, das ist eine Reihe. Fühlst du dich, fühlst du dich scheiße, dann isst du halt eine Hühnersuppe. So, ne. Und das war so, das war so Hühnersuppe. So, ich hab das halt gelesen, ähm, also es geht, es geht um das, was draufsteht, Hochzeit der Vampire. So, ne, ähm, ähm, eine Freundin der Mama, unserer kleinen, äh, Hexe, ne, so. Äh, die ist, äh, die ist, äh, Vampirin und die will heiraten. So, und, und, äh, jetzt, ähm, ja, und das coole ist, die ist auch noch Stuntfrau. Ja, ah, die ist auch noch Stuntfrau. So, naja, und auf jeden Fall wollen die jetzt, äh, fahren die dann zu ihr hin und, äh, wollen diese Hochzeit feiern. Und dann gibt's dann halt eben so ein paar Probleme und deswegen muss erst mal diese Hochzeit gerettet werden. Und das ist ganz abenteuerlich und spannend und so. Ne? Und sind auch total süße Illustrationen drin. Also die Illustrationen sind wirklich schön und süß und putzig und überhaupt. Und, ähm, ja, auch das brauchte ich einfach. Ne? Brauchte ich. Das hat so ein bisschen so mein Gemüt beruhigt, meine Gedanken beruhigt. Und, ähm, und es hat mich auch sehr an meine Kindheit erinnert, muss ich sagen. Nicht, weil ich solche Bücher in meiner Kindheit gelesen habe, sondern wegen diesen beiden Mädels. Ich hab euch das ja, glaub ich, damals erzählt, dass ich dieses Buch gekauft habe. Einmal das und noch eins für meine Freundin. Weil halt eben wir damals in der Schulzeit, ähm, hatten wir uns so Shirts gekauft. Und bei meiner Freundin stand Sugar drauf, bei mir stand Babe drauf. Und dann hatten wir halt eben diese Spitznamen Sugar. Und Babe, ja. Ja, und wir sind auch nebeneinander so hergelaufen. Ich bin gefragt worden, ob wir dann auch so als Sugar Babe rumgelaufen sind. Und um Gottes Willen, ja, das sind wir. Und es ist aber nicht in den Sinn gekommen, dass man das zusammenlesen könnte. Meins war blau, also hatte so blaue Ärmel und, äh, es hatte rote Ärmel. Und, ähm, ja, wir sind zusammen so rumgelaufen. Wir waren jung und brauchten das Geld. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall fand ich das total lustig. Jetzt steht da zwar nicht Babe, ne, aber da steht Sugar. Und was ich halt eben so lustig fand, war, damals hatte ich auch meine Haare noch ein bisschen kürzer. Wobei, jetzt sind sie auch wieder ein bisschen kürzer, ne. Und wie ihr sehen könnt, umso kürzer meine Haare sind, umso puscheliger werden die, umso lockiger, ne. Und lustigerweise, so als Teenie, hatte ich dann auch immer rotgefärbte Haare, ja. Also, boah, man, teilweise war das richtig, richtig rot. Ähm, so, ne. Und deswegen Blasbacke mit roten Haaren, ja, so. Und meine Freundin hat halt eben lange schwarze Haare. Wobei, die hatte auch zwischendurch kurze Haare. Aber sie hat halt eben schwarze Haare und ist auch so vom Teint ein bisschen dunkler als meiner einer. So, was ja auch nicht schwer ist, ne. Das ist ja fast jeder. Ähm, und deswegen fand ich das halt eben so lustig. Und dann habe ich das halt gekauft. Ein Exemplar für mich und eins für meine Freundin. Äh, und, äh, und ich muss sagen, ja, das erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an, an meine Kindheit. Allerdings nicht an meine Jugend, sondern wirklich an meine Kindheit. Also die Dinge, die, die beiden so tun, ne. So, und, und die Fantasie, die dahinter steckt. Und, ähm, äh, ja, und da kamen so Kindheitserinnerungen auf, wie ich selber dann halt eben so Fantasiewelten erschaffen habe. Und, äh, und wie sich dann halt eben auch die Realität manchmal so verändert hat, ne. Also, ähm, jetzt nicht wirklich, sondern so in meinem Kopf, ne. Wisst ihr, was ich meine? Egal. Auf jeden Fall, ähm, hat es mich wunderbar unterhalten. Es war halt wirklich, es war nett. Es war süß. Und, ähm, es ist jetzt nicht irgendwie kein... Ne, das sag ich jetzt gar nicht, ne. Warum soll ich das denn jetzt nochmal relativieren? Ist ja Unsinn. Das Buch ist süß, ja. Wir haben zwei sehr unterschiedliche und niedliche Protagonistinnen, die da, äh, die, die, die die Geschichte rocken. So, ne. So. Und, ähm, ich kann das Buch echt nur empfehlen. Wirklich. Es kommt auch noch ein, äh, kleiner Bruder drin vor und, äh, ein Hamster und eine Katze, also ein Kater, um genau zu sein. Ähm, und hier sogar noch eine Eule, ein kleiner Uhu. Und, äh, ja, ich kann, also, es ist wirklich ein schönes Kinderbuch, was ich nur empfehlen kann. Und, äh, wenn man Kinder hat, vielleicht einfach mal einen Blick reinwerfen, ne, ob das so was ist für die Kinder, ja. Ähm, ähm, es ist wirklich ein schönes Kinderbuch. Und es ist abenteuerlich, spannend. Für Kinder auf jeden Fall spannend, ne, so. Also spannend und abenteuerlich und, äh, mit ganz viel Fantasie und sehr süß. Und, ähm, ähm, ja, wie gesagt, das brauchte ich einfach auch. Brauchte ich, konnte ich auch, musste ich nicht nachdenken, habe ich mich schon beriesen lassen, ne, und es tat einfach gut. Tat gut? Ah, ah, das war Hühnersuppe. Ja, vielleicht war es gar keine Hühnersuppe. Das war, nein, das war eher so was, äh, eher so ein, so ein schöne Schokoladeneis. Oder Stracciatella. So richtig schön, so mit, mit Sahne und Schokosauce drauf. Ne? So. Das braucht man einfach manchmal. Und das ist eigentlich auch so mein Resümee. Also einmal wollte ich euch die beiden Bücher vorstellen. Ähm, nicht weil ich sage, das sind die besten Bücher der Welt und deswegen sollt ihr sie lesen oder deswegen könnt ihr euch sie mal angucken und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr sie lesen wollt, sondern einfach, weil ich sagen möchte, manchmal braucht man entweder Trash oder halt ein Eis. So. Und das ist vollkommen okay. Und ich finde, das solltet ihr euch auch alle gönnen. Ja. Meine Güte. Ja, und versteckt dann nicht eure Bücher dann hinter den anderen Büchern im Regal. Ist doch wurscht. Ist doch wurscht. Wenn euch das gut tut, dann hat es doch schon was gebracht. So. Und, äh, damit endet dieses Video. Ich würde sagen, ich wünsche euch, äh, hühnersuppige Bücher für diese Woche, dieses, äh, Wochenende. Äh, je nachdem, wann das Video online geht. So. Ne? Und, äh, dann, äh, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.